Aktienfokus heute wieder mit einem deutschen Wert und da ist natürlich in den letzten Tagen und Wochen die Commerzbank ganz oben auf der Berichterstattungsliste gewesen, sodass sich der Roland Jägen und ich, Andreas Bernstein, uns genau den Wert hier vornehmen möchten. Direkt nach dem Intro geht's los. Guten Morgen Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen zusammen. Ja, live aus Frankfurt, da bringe ich natürlich immer eng mit in Verbindung die Commerzbank, weil die auch das höchste Tower-Gebäude haben, oder? Ja, ist sicherlich jedem bekannt, der Commerzbank Tower hier in Frankfurt. Direkt um die Ecke von diesem Hintergrundbild hier von der Frankfurter Börse. Das höchste Gebäude in Frankfurt und ja, macht schon einiges her. Ja, und da wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Geschichte der Commerzbank, denn die hat tatsächlich jetzt nicht nur 100 Jahre auf dem Buckel, in Anführungsstrichen, sondern die gibt es schon viel, viel länger und ist gar nicht in Frankfurt gegründet worden. Das wissen die wenigsten, oder? Das wissen die wenigsten, dass die Bank in Hamburg letztendlich gegründet wurde, schon 1870 von hanseatischen Kaufleuten und Bankern, die letztendlich das Ziel hatten, den Hamburger Handel natürlich im Hafen, neue Finanzmittel zuzuführen, um die Handelsgeschäfte, insbesondere die internationalen Geschäfte zu erleichtern. Und das ist ja nicht nur ein Zusammenschluss zum Selbstzweck gewesen, sondern später auch, um anderen das Ganze zu ermöglichen. Die Commerzbank wird ja auch oft als die Mittelstandsbank genannt und hat sehr, sehr schnell ihre Fühle ausgestreckt in andere Länder und Regionen, wie zum Beispiel nach London. Ja, ganz genau. Man hat sein Geschäftsfeld sehr schnell ausgeweitet nach London unter anderem, aber dann auch sehr schnell mit Filialen in Frankfurt und Berlin, auch schon hier knapp noch im 19. Jahrhundert. Und ja, rasantes Wachstum, kann man durchaus so sagen. Das Wachstum ging dann auch weiter. Natürlich auch in Kriegszeiten wurden auch andere Länder besetzt, insbesondere natürlich in Polen, in der Tschechoslowakei und auch in anderen Regionen des Deutschen Reiches. Und ja, diese Besatzungszone hat man natürlich wieder verloren, insbesondere dann natürlich auch an die Sowjetrepubliken. Und dann ging es aber auch weiter in andere Regionen der Welt, in den asiatischen Raum, aber auch in die USA und insbesondere nach Südamerika. Hier sieht man mal einige der bekanntesten Standorte der Commerzbank über die letzten 60, 70 Jahre aufgelistet. Ja, übrigens die erste Departments einer Deutschen Bank in New York. Also auch da kann man sich da als Erster etwas auf die Fahnen schreiben. Toronto, Jakarta, ich glaube, da funktioniert dann auch die Geldkarte, die man in Deutschland hat, müsste zumindest so sein. Ja, denke ich auch. Ja, die Umsätze sind auf alle Fälle international, wenn gleich in Deutschland immer noch das Hauptaugenmerk liegt. Liegt 7,71 Milliarden Umsatz, wird in Deutschland erwirtschaftet. Und das kommt nicht von ungefähr, denn auch da gab es ja ein paar Übernahmen, ein paar Ausgliederungen. Und jetzt könnte die Commerzbank ja selber zum Ziel einer Übernahme werden. Wir haben mal dazu ein paar Eckpunkte zusammengefasst. Ja, hier haben wir noch die wichtigsten Übernahmen der vergangenen Jahrzehnte, kann man fast sagen. Die Comdirect war ja auch mal ein eigenständiges Unternehmen an der Börse, aber ist letztendlich auch 2000 wieder hier 2020 verschmolzen mit der eigentlichen Commerzbank. Onvista kennen sicherlich hier auch viele aus dem Privat-Trading-Bereich als eigenständigen Poker, der auch übernommen worden ist und auch im nächsten Jahr schließen wird. Von daher stehen da auch in die Zeichen so ein bisschen auf Konsolidierung. Und jetzt gab es natürlich die großen News in der letzten Woche, dass die Unicredit einfach hier versucht, die Anteile sukzessive aufzustocken. Und dazu hat man insbesondere den Zeitpunkt genutzt, dass der deutsche Staat versucht, Anteile zu veräußern, weil letztendlich hatte der deutsche Staat ja noch eine sehr große Beteiligung an der Commerzbank. Das ist noch ein Überbleibsel aus der Finanzkrise, also aus den Jahren 2008 und 2009. Da hat man im Rahmen des staatlichen Rettungsfonds eine große Finanzspritze gegeben der Commerzbank in Höhe von 18 Milliarden Euro. Und im Gegenzug hat man zum einen eine stille Beteiligung, als auch damals einen Aktienanteil von 25 Prozent bekommen. Der ist über die Jahre etwas kleiner geworden. Durch diverse Kapitalmaßnahmen sind es aber immer noch so um die 15 Prozent geblieben. Und da hat man sich letztendlich entschieden, diese jetzt stückweise zu veräußern, um einfach auch die Mittel freizumachen. Man muss schon sagen, dass der Staat damit auch einen Milliardenverlust realisiert, weil der Break-Even wäre erst so um die 25, 26 Euro je Anteilsschein erreicht worden. Die Commerzbank quotiert aktuell um die 16 Euro. Also man wird große Milliardenverluste realisieren. Aber das Ziel des Finanzministeriums war es jetzt einfach, letztendlich diese Beteiligung runterzufahren und letztendlich auch irgendwann komplett zu veräußern. Und dazu hat man aktuell einen guten Zeitpunkt gesehen, weil die Commerzbank ja auf mehr Jahreshoch stand und auch im letzten Jahr sehr, sehr gute Gewinne, wenn nicht sogar den höchsten Gewinn der Geschichte ausgewiesen hat. Insbesondere natürlich durch die hohen Zinseinnahmen, die da geflossen sind. Ja, und diese mehr als vier Prozent, die man jüngst verkauft hatte, die gingen zu einem Kurs von 13,20 Euro durchschnittlich, quasi aus den Portfolios vom Bund raus an andere Anteilseigner. Ja, jetzt stehen wir bei fast 16, also man kann zusammenfassen, der Staat hat auch nicht das beste Timing jetzt unbedingt als Aktionär. Nein, das stimmt. Da hat man nicht das beste Timing. Aber die Unicredit hat das jetzt genutzt und insbesondere dann natürlich von dem Staat hier einige Anteile übernommen und stockt jetzt wirklich seinen Anteil massiv auf, muss man sagen. Und da ist man mittlerweile schon mit den ganzen Finanzinstrumenten, die man hat. Also man hat auch große Optionspakete gekauft auf die Commerzbank, hat man jetzt letztendlich schon einen Anteil von knapp 21 Prozent, wenn man diese Optionen auch auslösen könnte. Und damit geht es natürlich immer mehr in die Richtung Übernahme. Man plant sogar, man hat es behördlich beantragt, die Erlaubnis, diese Pakete bis auf 29,9 Prozent zu steigern. Und ab 30 Prozent wäre ja dann auch ein Übernahmeangebot verpflichtend. Der Bund scheint aber etwas dagegen zu haben. Also Olaf Scholz hat sich jetzt schon zweimal stark geäußert dazu und er sagt, er findet das auf keinen Fall gut und er sieht das als unangemessenes, aggressives Vorgehen, hier entsprechend diese Beteiligungspakete zu kaufen. Und ja, er denkt, dass das keine gute Sache ist für Banken, diese unfreundlichen Attacken und feindlichen Übernahmen, wie er es jüngst gestern genannt hat. Ja, selbst das Management der Commerzbank hat die Bundesregierung gewarnt, wenn man übernommen wird, dass dann nicht nur Arbeitsplätze zum Opfer fallen, sondern dass man dann auch als Staat noch weniger Einfluss natürlich auf die deutsche Bankenlandschaft hat. Und ja, man könnte schon fast sagen, eine Schlüsselindustrie ist das. Und da wird es noch ein paar politische Statements sicherlich dazu geben. Es bleibt auf alle Fälle spannend, genauso wie immer die Geschäftszahlen spannend waren, wo sich die Erwartungen beziehungsweise das Übertreffen der Erwartungen und das Untertreffen der Erwartungen häufig abgewechselt haben. Ja, auf jeden Fall. Die Aktie sieht man hier, was die Quartalsgewinne anbelangt, sehr volatil, gerade was die Abweichungsrate anbelangt. Und aber nichtsdestotrotz ist man profitabel geworden. Nach der Finanzkrise hat man da doch konsolidiert, auch richtige Maßnahmen da auch getroffen letztendlich. Und damit ist man auch wieder in ruhiger Gefilde eingetreten und mittlerweile durchaus ein profitables Unternehmen. Man muss natürlich sagen, was die Marktkapitalisierung anbelangt, mit aktuell ca. 17 Milliarden, ist man jetzt auch kein Schwergewicht im DAX, sondern man liegt eher im unteren Bereich auch der DAX-Werte. Da ist man ein gutes Stück entfernt von der Deutschen Bank. Und wenn man dann auf Europa blickt oder sogar in die USA, dann ist man wirklich letztendlich nur eine winzige Bank im Vergleich zu einer JP Morgan oder auch einer Unicredit. Aber selbst die ist im Vergleich zu den US-Werten da doch nur ein kleiner Stern am Bankenhimmel. Aber für Privatanleger also ein großer Stern, denn ich sehe sehr, sehr viele Filialen, nicht nur in Potsdam, sondern auch in Berlin. Und das Private- und Small-Business-Customers, das ist ja genauso groß und gewichtig von den Umsätzen her wie die Corporate-Clients. Also da hat man zwei starke Säulen. Ja, und das sieht man auch so. Die Unicredit ist ja nicht so bekannt für das Privatkundengeschäft. Aber das war in der Tat so ein Kernpunkt, auch mit Comdirect, mit dem Online-Poker OnVista. Und das sehen wir auch aktuell, um mal so ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir sehen viele Depot-Überträge auch von der OnVista-Bank zu uns, weil manche sind da in der Tat verunsichert. Wie geht es weiter mit der OnVista? Die wird im nächsten Jahr vermutlich Comdirect schließen. Wie geht es dann weiter mit der Tochter, mit der Comdirect? Und Privatanleger wollen da vielleicht nicht unbedingt auch von der Unit Credit übernommen werden, die nicht dafür bekannt ist, darauf zu setzen. Von daher, Depot-Überträge sind relativ einfach mittlerweile. Von daher, ja, wenn man da einen stabilen Broker sucht, um einfach mal auf uns, Wea Self-Invest, hier auch nochmal zu verweisen. Da gebe ich gerne nochmal einen Link unter das Video mit dazu. Und wir schauen natürlich auch immer in dem Zusammenhang auf die Bewertung. Und die ist sehr attraktiv. Also unter dem Markt, unter der Branche, das sieht ja fast so aus wie ein Autowert. Das sieht in der Tat attraktiv aus, wie mit einem KGV von 8,8 aktuell. Und selbst wenn die Übernahme scheitern sollte, denke ich, ist da Potenzial da aus meiner Sicht. Weil da muss man einfach auch zeigen dem Markt, dass man vielleicht dann noch effizienter wird. Und durchaus, denke ich, eine günstige Bewertung, unabhängig davon, ob man jetzt die Übernahmefantasie hier komplett mit einpreisen würde oder nicht, denke ich, kann man weiterhin auch auf die Aktie setzen. Ja, viele Analysten kommen jetzt aus der Deckung, aus einer Haltenposition heraus und sagen, das sollte man jetzt doch zum Kaufen nutzen. Du hast schon angedeutet, ein Mehrjahreshoch. Das heißt, in den letzten Monaten hat sich da einiges getan am Kurs. Wenn man allerdings die Aktie, so wie zum Beispiel mein Nachbar, über zehn Jahre hält, dann hat man keine Freude daran gehabt. Nein, langfristig hat man keine Freude daran gehabt. Aber die Aktie ist wieder angesprungen und hat jetzt in der Tat ein Mehrjahreshoch erzielt. Stand kürzlich so hoch wie seit 2012 nicht mehr. Von daher, so langsam scheint sich diese lange, lange Durststrecke dann vielleicht wieder in einen wirklich nachhaltigen Aufwärtstrend umzukehren. Ja, das wollen wir uns natürlich auch im Chartbild anschauen. Und da hast du uns heute das Chartbild mit dem TradingView Applet mitgebracht. Ganz genau. Unser Multi-Asset-Konto, wo man auch die deutschen Aktien sehr günstig handeln kann, kann man insbesondere auch über TradingView handeln. Und wenn man da mal etwas rauszoomt, sieht man natürlich, wo die Aktie herkam. In den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja sagen, der enorme Einbruch dann während der Finanzkrise. Und seitdem ist es eigentlich eine sehr große, sehr lange Seitwärtskonsolidierungsrange. Aber seit dem Tief 2020 ist die Aktie wieder in einen schönen Aufwärtstrend übergegangen. Das sieht man hier. Die hat ja damals um die 4 Euro quotiert. Mittlerweile lag sie schon kurzzeitig wieder im Bereich von 16 Euro. Wenn man da mal in den Tageschart hier etwas reinzoomt, sieht man auch die lange Seitwärtskonsolidierung, die wir Anfang des letzten Jahres haben oder eigentlich das ganze letzte Jahr hinweg. Der Quote letztendlich zu Beginn dieses Jahres durchbrochen. Wir haben einen sehr starken Impuls auf der Oberseite gesehen. Nochmal den Rücksetzer auch zum 200-Tage-Durchschnitt. Und jetzt durch die News der vergangenen beiden Wochen ist die Aktie nochmal sprunghaft angestiegen, hat nochmals hier diese 16-Euro-Marke getestet und damit eben die Mehrjahreshochs erzielt. Kommt jetzt etwas zurück, aber sieht weiterhin stark aus. Also man kann sich über den gleitenden Durchschnitt halten, über den 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitt. Von daher, ja, charttechnisch tut dieser kleine Rücksetzer der Aktie vielleicht gut und man kann dann vielleicht den nächsten Ausbruchsversuch da zu nutzen, um auf diesen schönen Aufwärtstrends hier aufzuspringen, weil nachdem so eine Marke mehrmals getestet ist, wird die Wahrscheinlichkeit dann immer größer, dass sie irgendwann auch bricht. Und dann hat man dann vielleicht das Potenzial, auch kurz- bis mittelfristig da auch mal 10-20% zu realisieren in der Aktie. Gerade getrieben durch solche Übernahmefantasien geht es da häufig sehr, sehr schnell von einem Tag auf den anderen. Von daher auch immer das Risikomanagement und den Stopp hier im Auge behalten, weil es kann durchaus auch in den nächsten Tagen und Wochen volatil bei der Aktie weitergehen. Ja, volatil ist ja auch schön, wenn man Intraday mal auf Basis von einer Meldung zur Uni kredit oder so die Aktie handeln möchte. Auch das ist ja immer wieder eine Option. Das ist immer eine Option. Auch Short-Selling ist natürlich eine Option, um das kurzfristig vielleicht mal im kleinen Zeitfenster zu tun. Von daher, es gibt viele Möglichkeiten, die Aktie zu handeln, natürlich auch über Optionen. Und das geht natürlich am besten, wenn man so günstige Kommissionen hat wie über uns. Deswegen jetzt der Depot-Übertrag. Danke für die Information, Roland Jegen, und bis bald. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.